Orte, an denen der Besuch verboten oder nicht möglich ist. Dies sind die Orte, an denen es unmöglich ist zu gehen oder zu erreichen. Wohin möchtest du gehen? Verbotenes Gebiet von Wurmere, Australien. Die größte Auswahl an Erdentests auf der Erde findet in Australien statt. Für den Fall, dass Zweifel an der Erreichbarkeit bestehen, wurde dies unter demselben Namen klargestellt. R.A.F. Manbythil, England. Von der Royal Air Force in Verbindung mit Ansage leitet, gilt dieser Ort als die mächtigste und umfangreichste Überwachungsstation der Welt. Metzorö, Russland. Diese Stadt in Russland wird von der Regierung geschlossen, und es wird vermutet, dass die Angestellten im Berg des Yamantahauses arbeiten, dem Ort, an dem die NATO eine große Atomanlage vermutet. Bergwetter, Virginia. Im Grunde genommen ist dies die wirkliche Version des Bunkers Ende der Welt, in dem sie den Präsidenten immer in den Filmen sehen, die 30 Meilen von Washington DC entfernt liegen, in den Blue Ridge Mountains. Bis auf ein kurzes Interview in der Zeitschrift Thieme eines seiner pensionierten Ingenieure wurde nicht viel über den Ort gesprochen. Böhmischer Hain, Kalifornien. Der böhmische Club ist berühmt für seine Geheimhaltung und seine hochkarätigen Mitglieder. Es heißt, er sei allein für das Manhattan-Projekt verantwortlich. Sozi, Eiland. Unter den jüngsten Orten der Erde entstand diese nordatlantische Insel nach einem weit verbreiteten Vulkanausbruch in den 1960er Jahren aus den Wellen und nur wenige Wissenschaftler konnten sich dort aufhalten. Raum 39, Nordkorea. Raum 39, Nordkorea. In der Hauptstadt Pyongyangs gelegen, soll diese geheime Regierungseinrichtung das Herz zahlreicher illegaler Operationen sein, darunter Fälschungen und internationaler Versicherungsbetrug. Binegab, Australien. Diese Satellitenortungsstation in Zentralaustralien wird von den Regierungen Australiens und der USA betrieben und ist ein zentraler Punkt für den Betrieb von Spionagesatelliten. Isagrand-Schrine, Japan. Seit 4 v. Chr. gibt es nur die Priester und Priesterinnen der königlichen Familie. Interessante Tatsache, das Heiligtum wird alle 20 Jahre in Übereinstimmung mit der schintoistischen Vorstellung von Tod und Wiedergeburt zerstört und wieder aufgebaut. Laschkauks-Höhlen im Südwesten Frankreichs. Diese Gemälde in den 20.000 Jahre alten Höhlen wurden durch das ausgeatmete Co. 2 der Touristen beschädigt, sodass die französische Regierung sie schloss. White Knights Club, England. White's Gentleman Club, England. Es ist der exklusivste Club in England und richtet sich nur an Könige und andere mächtige Männer. North Sentinel Island, Andamanen. Die Insel North Sentinel in der Bucht von Bengalen südwestlich der Andamanen-Inseln im Indischen Ozean ist eine der wenigen, die der menschlichen Zivilisation völlig entzogen sind. Ein faszinierender Ort, der von Eingeborenen bevölkert wird, die so aggressiv und feindselig sind, dass die Welt einfach aufgehört hat, sich zu sorgen. Die Gewölbe der Bank of England, Landen, Bank of England Wolves, Landen. Der einzige Weg, um dorthin zu gelangen, ist mit einem 90 cm langen Schlüssel. Selbst wenn sie den Schlüssel bekommen wollten, hätten sie ein kleines Problem. Die Namen der Mitarbeiter, die in den Tresoren arbeiten, werden geheim gehalten. Google Data Center, Oregon Google Data Center, Oregon Wahrscheinlich so geschützt wie Area 51, ist das erste Rechenzentrum von Google eine Hochsicherheitsseite. Kapelle der Bundeslade, Äthiopien Man sagt, es sei die letzte Ruhestätte der Archer und ihrer zehn Gebote, der kleinen äthiopischen Kapelle, in der sich angeblich ein Leck befindet, was bedeutet, dass die Archer in Kürze verschoben werden muss. Abgesehen von dem Priester, der niemals die Räumlichkeiten verlassen darf, darf niemand betreten. Metro 2, unter Moskau Dieses angeblich von Stellen für den russischen Geheimdienst und für hochrangige Regierungsbeamte errichtete geheimnisvoller Untergrundgeheimnis wurden nie nachgewiesen, obwohl die Leute, die daran gearbeitet haben, interviewt wurden. Grab von Qin Shihan, China Die Heimat von Wundern wie der berühmten Terrakotta-Armee, dem Grab des ersten Kaisers China, wird immer noch zu einem großen Teil dank einer sehr schützenden chinesischen Regierung ausgegraben. Club 33, Disneyland Sie können eine Registrierungsgebühr in Höhe von 25.000 Ust und 10.000 Ust pro Jahr zahlen, um Mitglied zu werden. Dann können Sie sich für Club 33 anmelden, einen der exklusivsten und geheimsten Clubs der Welt, der sich am glücklichsten Ort der Welt befindet. Schlangeninsel, Brasilien Vor der brasilianischen Küste macht die mit Schlangen infizierte Insel ihren Namen alle Ehre und ist dank der brasilianischen Marine für Besucher nicht erreichbar. Es soll über 5.000 sehr giftige Schlangen beherbergen. Global Saatgutkammer von Svalbard, Norwegen Nur wenn irgendeine Art von Hollywood-Apokalypse jemals auf der Erde vorkam, hätte dieser Ort die Möglichkeit, ihn zumindest den grünen Teil zurückzubringen. Haube des Geheimrezepts von Coca-Cola, Georgia Es gab immer Gerüchte über das Geheimrezept von Coca-Cola, und 2011 wurde es angeblich aus dem Tresorraum der Santras Bank geborgen und mit den neuen Welt-of-Coca-Cola-Ausstellungen einige Minuten von der Straße entfernt. Besucher können den gesamten Tresor mit all seiner Sicherheit sehen. Viele Leute glauben jedoch, dass Coca-Cola nur den Mythos monäarisiert. Der Marianengraben, Pazifik Es ist der tiefste Ort im Ozean und nur drei Menschen haben den Boden erreicht. Pripat, Ukraine Einer der am meisten radioaktiven Orte der Erde Obwohl es möglich ist, die Sperrzone zu betreten, ist dies nur mit einer bewaffneten Wache möglich. Geheimarchiv des Vatikans, Italien Obwohl Verschwörungstheoretiker von fortgeschrittenen Gewölben sprechen, ist dies weit von der Wahrheit entfernt. Die Dateien basieren auf unglaublich veralteten Technologien. Und sie sind nicht einmal wirklich geheim. Selbst wenn sie nicht eingeben können, können sie Dokumente sehen, die älter als 75 Jahre sind. Heute heißt es, dass sie mehr als 50 Kilometer Regel haben. Area 51, Nevede Der berühmteste verbotene Ort von allen, der von der Regierung der Vereinigten Staaten nicht erlaubt ist. Der berühmteste verbotene Ort zuいnen. Der berühmteste erlä. Der berühmteste verbotene Länder Ignorieren Die intimale E- sung Mit Vor WrestleMania Kor